So, und da sind wir zur nächsten Folge von Syndicate. Dann gucken wir doch mal, was heute so passiert. Ach ja. Die Abholung ist so schief gegangen. Wir mussten einen Aufzugschacht runterspringen. Dann sehen wir mal. Irgendwie ist das so ein perfekter Hinterhalt für Sniper. Ich mag so uns nicht. Okay. Und ab jetzt. Da war noch was. Ich wusste es. Sniper. So, einfach geht es. Oh, jetzt hat er doch schon so ein bisschen. Ich wusste es fast leer. Okay. Cool Sache. Gut. Ist gekauft. Der Ding hat gerade Handwerfer. Super geil. Blöden Säcke. 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 Was ist das? 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 Get off! Was ist das? Welper Information soll ich heute haben? Lachen Sie davon fixieren! Aber jetzt werden wir die exercise zu verordnen und werden die dritte Britanniker Docs Nein, nein. Weiter geht's. Die Schöne, wo sie... So kommt die Schöne. Sack. Und das nächste Collect? Ich hab keine Ahnung davon. Ich bin nicht so der Collect, wenn man das sieht mit Sucher. Straight with the game. Fertig. Boom. Bam. Oh! Ich darf kurz in die Klasse kommen. Becken für ihr Applikation laden und los geht die Party. Das ist ja sehr schön. Ich habe doch nicht so schnell. Feuerbier hat noch ein Läufer hier. Na gut, endere Aufnahme. Man sieht sich bei der nächsten.